Und wir haben dann auch gesagt, das ist es, da kommt das Gute bis im Winter. Das war eigentlich ein Kollege von mir, ein Heiziger, den ich gut kenne. Er kenne jemanden von Meier Dobler und es sei ganz jemand Sympathisches und würde sich helfen. Und dann ist er vorbei gekommen und so ist dann der Kontakt entstanden. Wir haben eine Reihenfamilienhausüberbauung, 18 Einheiten, ziemlich verdichtigt gebaut alles. Und die Wärmepumpbeine, haben wir das Gefühl gehabt, ist zu laut. Wir haben hier ein 6 Kilowatt M-Flex-System und die ist so viel leise, da muss man wirklich unmittelbar vor dran stehen, dass man merkt, dass die am Laufen ist. Und wir sind eigentlich gerade wie fasziniert gewesen von diesem Teil. Wir haben dann entschieden, dass wir das bestellen und dass wir das so zusammen machen, das Projekt.